Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit Hallo aus dem Stadion von Wolf-Christoph Fuss und Frank Buschmann. Heute heißt es 1. FC Köln gegen Ingolstadt. Ein paar Worte zum heutigen Heimteam Buschi. Der Start in die noch junge Saison lief für Sie sogar besser als erwartet. Im Moment schaut das nach mehr als nur einem Platz im Mittelfeld aus. Ich bin mal gespannt, ob Sie das halten. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Ein ganz toller Spieler, vor allem auch was sein Kopfballspiel angeht. Sein Timing ist klasse. Schauen wir kurz auf die 1. Hälfte des 1. FC Köln heute. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Im Vergleich zu manchem anderem Klub aus der Bundesliga wurde der 1. FC Köln verhältnismäßig spät gegründet, Buschi. 1948, damals war es ein Zusammenschluss der Klubs Kölner BC 01 und Spielvereinigung Sülz 07. Herrlich. Und in ein paar Jahren können die feierwütigen Kölner dann den 70. Geburtstag feiern. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Jetzt vielleicht mal die Kölner. Und er pfeift abseits. Er spielt den Pass auf den Flügel. Schöne Flanke. Ball kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän. DFC hier in der Vorwärtsbewegung. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Das macht er gut. Roger. Super Einsatz vom Torhüter. Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Da könnte jetzt die Chance entstehen. Er ist frei. Da kann was draus werden. Ecke für den 1. FC Köln. Risse. Risse. Mit der Faust kann er hier retten. Finde den Mitspieler. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Ein toller Pass. Da trennt er ihn fair vom Ball. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff. Kurz nicht konzentriert genug. Und schon ist die Kugel weg. Sehr gut reingespielt. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Anthony Modest. Der ist jetzt die Köln hier im Angriff. Kompromisslos geht er da hin. Sehr gut. Sie passen dem Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Höger. Gute Aktion vom Torhüter. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. Das könnte gefährlich werden. Das macht er gut. Höger. Modeste. Alfredo Morales. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Super durchgesetzt. Chance zur Führung. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Höger. Sörensen. Und jetzt gibt es Einwurf. Höger. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Jetzt vielleicht. Der ist drin. Und jetzt führen sie. Der Ball geht an den Pfosten. Das ist große Klasse, wie er das Tor gemacht. Und dafür ist er ja bekannt. Ein absoluter Edeltechniker. Hier nochmal dieser Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Levels. 4 Minuten gibt es als Nachspielzeit. Super Flanke. Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Das war nicht so einfach zu lösen, aber gut gemacht vorab, Herr Schwieler. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern. Denn im Moment liegen sie hinten. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Alfredo Morales. Groß. Leonardo Bittencourt. Anthony Modest. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Da passt der Torhüter auf. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Und hier sehen wir es nochmal. Das tolle Zuspiel. Und dann musste er das Tor quasi machen. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Da zeigt er den absoluten Willen, hier das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktion. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt steht es 2 zu 0. Das dürfte ihn Ruhe geben. Groß. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Das war ein Foul. Da muss er natürlich Freistoß geben. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten. Macht das genau richtig. Lehmann. Hector. Leonardo Bittencourt. Da gewinnt er den Zweikampf. Spielt den Ball in den freien Raum. Gutes Tackling. Gute Zweikampfführung. Jetzt gibt es einen Einwurf. Groß. Er passt ihn auf den Flügel. Der Ball auf die Außen kommt nicht durch. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Da passt er auf. Ball draußen wird ein Wurf geben. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sauber vom Ball getrennt hier. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Hartmann. Cohen. Zoller. Modeste. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Dario Lesano. Da ist das Tor. Aber ein bisschen Glück war mit dabei. Und hier zimmert er den Ball an die Unterkante der Latte. Ja, und wichtig, Wolf, von da rein ins Vergnügen, ins Tor. Da gehört auch Glück dazu. 2-1, hier ist noch alles drin. Hector. Das könnte gefährlich werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Die passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Jetzt ist der Angriff dort gestorbt. Der Gegner hat den Ball. Groß. Jetzt die Flanke. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Zoller. Risse. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da kann er ihn stoppen. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Régerie. Und Zutna. Wird das eine Torchance? Das macht der Klasse. Die Flanke gut abgefangen. Risse. Jojic. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen. Wohl völlig offen hier. Der Ausgang der Partie. Tolle Flanke. Ball geblockt. Cohen. So, Foul Köln. Das gibt einen Freistoß. Und für dieses Foulspiel wird er verwarmt. Okay, die gelbe kann man geben. Wie versprechen der Spieleraufbau. Ob sie den Mann... Vielleicht jetzt. Gut gemacht. Dem Ball hat der Torwart sicher. Der Schiedsrichter Pfeif Lappes bleibt beim denkbar knappen 2 zu 1. So haben sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt. Ein gutes Spiel von ihm heute. Kann man nicht anders sagen. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. Auch auf der pizz Have. Hesacht. Einerきam. Über die hunted gestalt. Eine und zumalte. Bis zumalte. Bis zumalte. Jesus redems. Bis zumalte. Bis zumalte. Vielen Dank.